und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft im survival modus alligator hat das spiel betreten ja so lob ich mir das doch mein name ist simon mein name ist simon und mit dabei ist natürlich wieder der gute daniel hallo daniel genau und es war so freundlich ich befinde mich noch immer hier im outback quasi ich denke mal wir haben jetzt genug zu essen gebraten also da stehen die scheiße weiß wofür das gut ist mal gucken welche tage es ist ach es ist ja schon fast wieder tag begeistert ja ist ja auch toll so was ist schon fast wieder tag wir machen ein geiles jump and run über die trees ist unglaublich weil er hier aufs parkett zauber der junge das gebirge ist auch relativ ja massig ja das ist übrigens die perfekte beschreibung für gebirge so beschreibt man übrigens auch nett fette menschen was sie ja aber du bist heute wieder echt äh massig das kommt immer gut auf jeden fall naja ich ziehe gerade die halbe zombie welt hinter mir aber das ist mir einfach egal mich interessieren die kühe naja das risiko ist mir dann jetzt doch gerade zu hoch deshalb laufen einfach weiter ja wenn ich zurückkommen haben aber auf jeden fall auch genug letter das gebirge hier sieht echt geil aus äh du solltest die kühe nicht schlachten du sollst sie mitbringen ne bist du verrückt dafür bin ich viel zu weit weg ok ich hab übrigens einfach nur das leder mit ok wenn das so ist dann ist es so ja ich bräuchte ungefähr 1000 jahre um die da zu schleppen wenn die davor alle seile weg glitschen was ist denn das da unten äh bei mir läuft alles flüssig ja ne an sich läuft doch alles flüssig aber wenn ich die zombie schlage kommt das ein bisschen ja kann sein weil ich gerade neue welt aufdecke alter was geht denn jetzt hier ab ach du scheiße was ist denn los ja das ist das neue map die ich aufdecke das ist ein geiler wasserfall in so eine schlucht runter aber äh das davon halte ich mich jetzt einfach mal fern süß hier ah schön die schweine die werden auch wieder mitgenommen die creeper werden in die luft gejagt die schweine dort sind wir mal wieder ne hier so kein risiko eingehen da runter zu fallen oder so aber ich wollte mich ja am gebirg orientieren dass ich auch noch halbwegs weiß wo ich unterwegs bin weiss ich würde echt mittlerweile mal so einen dschungel finden gerne oder so das würde mich echt freuen schrägern rente und ob ich sehe dass ihr leider ist echt überall nur wald und wald wald ja dann im endeffekt noch mehr wald das ist echt teuer verstehst du wegen ungünstig egal war ein superwitz ich will meinen bogen verzaubern 28 jetzt versaubern ist mal spitzhacken die diamant aber auch erst einmal der 30 sagen die diamant machen wir nur mit büchern oder echt aber jetzt so lack oder so okay dann müssen wir halt bücher verzaubern und können wir auch machen ja oder wir machen so wie zaubern die erstmal an sich so und dann kann man ja immer noch bücher drauf tun ja ich finde auf jeden fall auch gut was zu essen hier wunderbar okay dann kommen wir mal auf die koordinaten wir müssen die minus zahl ansteigen lassen das ist die richtung und die zahl sinkt das passt ja schon mal die richtung müssen wir uns orientieren hier jetzt vielleicht auch ein paar fackeln bei den melonen aufstellen sollen ja acht melonen haben wir schon da kann man doch auch diese melonen da kann man doch auch diese ähm diese glitzernden melonen da keine ahnung ja irgendwas kann man auch nicht machen ging das nicht mit melonen und neta warze oder so weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht aber die waren dann ja glaube ich hauptsächlich nur zum braun da oder ja kann man auch essen ja jetzt braun waren hauptsächlich die ja so kann man braucht man glaube ich auch für bestimmte tränke aber auch die ähm goldenen karotten wie sieht eigentlich aus mit unseren karotten wie viele sind wir da haben wir da so am start drei ok das problem ist äh ich hatte sie immer sofort verfüttert die karotten das war ein bisschen dumm ja das äh naja hätte man mit rechnen können jetzt lass ich die wachsen ach ja wenn das mal keine german randkunst war was denn du hier oben du wirst äh ich meinte die kuh was von weißt du soll ich wie viele ähm brauchen wir noch die bücherregale hast du nicht viele soll ich die kühe noch abschlachten die wir haben also nicht alle aber ne ich bin jetzt ich bin jetzt gleich wieder da hast du viel leder äh ja ich hab auf jeden fall genug ok nice das hier ist unser sumpf oder nicht ich weiß nicht ich bin immer so verwirrt hier bei den ganzen sumpfdingern ich weiß es nicht die kleinen kühe wie sie mal rumschreien naja ähm oh Alter hier sind grad so viele kühe ne da hab ich eben gar keine gefunden und jetzt laufen hier nur noch nur noch kühe rum ungefähr gefühlt das ist doch geil ja gucken ob es noch die richtige richtung ist ja das hatten wir jetzt 2100 oder so ich guck mal auf meinen schlauen zettel nach ja genau 2100 100 100 nicht das schwert wegschmeißen hier also immer noch diese richtung das passt schon hm 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 auf dem rückweg merkt man immer erst wie weit man gegangen ist weil man dann nichts neues mehr sieht und das ist dann nicht mehr so spannend dann denkt man sich mal so boah scheiße alter so weit gerannt ne daniel ne daniel ja 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 ich hatte mir überlegen ob wir ja nicht anstatt so einen großen turm oben auf die spitze wo wir eigentlich gesagt hatten auf den hügel meine ich sondern einfach so rechts und links nehmen das haus so zwei kleinere Türme sieht ja auch eigentlich noch ganz geil aus ja ich kann es mir gerade nicht so gut vorstellen weil ich es nicht sehe müssen wir dann gleich mal können wir gleich mal drüber reden und so was haben wir jetzt hier für ein gebirge ist das jetzt hier in der nähe von unserem haus das wäre ganz schön aber ich wage es zu bezweifeln weil ich das irgendwie nicht so wirklich kenne was sagen die koordinaten ist noch am stück aber die richtung stimmt ist das so alter wie ich gerade fast erstickt wäre ungefähr ich muss gerade nur schwimmen das ist so ätzend langweilig ich finde es so schade dass ich nichts wirklich geiles neues gefunden habe auf meinem weg wir müssen irgendwann mal eine große erkundungstour starten glaube ich ja komm wir machen ich hätte gern Pferde ja dass wir dann so einen ganzen Kram suchen ja oder am besten dann so Esel kann man auf den Eseln reiten ja nein das wäre auch geil was ne die Maulzieher da kann man noch drauf reiten oder Esel nicht aber auf den Maulzieher glaube ich ich weiß es nicht irgendwo kann man bestimmt drauf reiten ansonsten reitet man auf geilen Bitches ja dann schaff die mal ran hast du keine gefunden auf dem Weg ne sorry aber ich glaube die Telefone von deiner Mom noch hier liegen ja dann ruf sie an wie geil wäre es eigentlich wenn man jetzt bei dir im Hintergrund hörst und das das Telefon klingeln hört du bist mir ganz schön behindert wäre es nicht so spät abends gewesen hätte ich das gemacht was 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 ist Daniel hier steht so ein netter Typ in unserem Haus äh mit einem Goldschwert also ich hab grad gedacht du redest vom real life nein ah der geht zu unserem Zauberzicht soll ich den töten äh ich weiß nicht lass ihn doch einfach rumlaufen also ich hab ne Idee du kannst ihn auch ins Portal zurückschieben ne ich hab ne geile andere Idee ähm ich kann nur ein bisschen äh Eisen opfern ne was willst du denn machen? Gitter willst du ihn eingittern oder was? ja man der despaunt eh naja stimmt dafür braucht man Namedsecks ja ah schade ja gut dann schiebe ich ihn zurück zum Glück hast du hier den allwissenden Minecraft Simon am Start kann man den nicht an den Leinen nehmen? äh das muss ich mal testen ich glaub auch nicht wo sind die Leinen? ach da ist ja unser Zuhause yay war voll erstmal dick ins Wasser jumpen ne geht leider nicht ist ne Kacke nein der geht raus du sollst nicht rausgehen nein du soll der läuft jetzt hier ja ich sehn ja ganz schön ganz schön tweeter boy was sagen hier unsere Melonen geil dicke Melonen fuck off ah oh der ist stark guck mal hier Goldnuggets natürlich ist der stark ok ähm Bücher machen oh so erstmal das Holz noch fertig bearbeiten hier so ich glaube das müsste passen äh wo haben wir denn hier öffnen dann kann ich hier schon mal das zu essen was ich gefunden habe noch rein tun kannst du bitte aufhören Daniel das ist dezent nervig weil's boah geil essen boah geil 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 das war ich jetzt nicht ok Daniel äh zaubern so wir schauen erstmal was auf deiner Diamant Spitzacke drauf sein wird jetzt müsstest du 30 Level verwenden können ach so hast du dir jetzt mitgebracht ich will zeig ich hab die nö nö ich hab's nicht ich hab's nicht ich hab's nicht mit Gold soo gucken wir mal ähm tu mal da bis lass uns hier rein effizienz 4? was bedeutet das? effizienz 4? effizienz 4? effizienz 4? effizienz 4? da steht aber Punkt 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 Fragezeichen ja keine Ahnung kannst du tu mal effizienz 2? effizienz 4? nimm mal raus und wieder rein ja tu ich die ganze Zeit da bleibt effizienz 4 Punkt 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 Fragezeichen gib mir die mal bitte ich will das auch mal sehen schauen wir mal mhm bei dir lapis ladst du die drin? ja achso ja da steht effizienz 4 Punkt 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 Fragezeichen ja 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 vielleicht äh kommt dann ja stimmt vielleicht kommt dann effizienz und noch irgendwas anderes ja ne aber sonst wird kacke wenn man ja immer nur eine Sache auf jeden Fall bekommt ja und noch was an hier steht jetzt auf jeden Fall nur effizienz da ändert sich auch nichts dran soll ich einfach mal machen? ja sagen wir jetzt ne nur effizienz effizienz 4 hm echt jetzt? sehr merk gib mal bitte ein bisschen Ding ins sehr merkwürdig lapis ladst du nicht du musst auch auf die Zeit achten ne? ja äh guck mal hier kannst du das Buch verzaubern mit irgendwas tollem? ich hab dir mal ein Buch zugeworfen hast du keine Level mehr oder was? ach stimmt ach wie viele Level hat man denn jetzt noch alter? ja ja das ist ja das geile ne es ist der Gliederfüßer stecke 2 oder Schatz ein hä? was ist denn das jetzt für ein das verstehe ich hä? ja das ist das geile du verbrauchst kaum Level dafür brauchst du halt jetzt mehr lapis ladzoli ach so aber man kann trotzdem jetzt nur wenn man über 30 hat dann mit dieser dicksten stufe da verzaubern ja ach so das heißt man geht jetzt noch mehr über Bücher als sonst auch oder? ja sozusagen wenn man sich jetzt immer zauber mal ein Eisenschwert oder? 4 kann ich machen äh du kannst ja auch ein Diamantschwert machen wenn du willst ja 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 ok aber am besten müssen wir gucken dass wir auf die Diamantssachen auf jeden Fall auch Haltbarkeit dann drauf bekommen ja das stimmt das wäre nämlich ganz sweet auf jeden Fall ja so Diamantschwert gucken wir mal was kann ich denn da drauf machen Schärfe 4 boah geil man alles klar ich habe jetzt eine Schärfe 4 Diamantschwert das nochmal? ne nochmal kann ich das aber nicht ne das kann man nicht nochmal verzaubern in diesem Zaubertisch auf jeden Fall habe ich jetzt eine Schärfe 4 die hat Schwert ja gut da muss man wirklich über Bücher gehen halt ne ja 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 ok da brauchen wir äh aber bei Bücher bekomme ich auch nicht immer wirklich da bekomme ich auch immer fast nur das gleiche raus ne warte Glück 2 ich kann Glück 2 machen ja warte ich guck mal was ich hier so machen kann soll ich mal Glück 2 Buch machen? Buch mit la... warte Wasser Affinität 1 könnte ich machen was ist das höchste an Glück Simon? äh 3 ich könnte Glück 2 machen ähm womit hängt das denn zusammen was man jetzt machen kann ich weiß es nicht wahrscheinlich random bei mir kommt jetzt immer nur Wasser Affinität muss ich jetzt dann auch als nächstes Wasser Affinität machen oder was? ich weiß es selber nicht Fakt ist ich habe gerade Glück 2 hier soll ich es machen oder nicht? äh 3 nehmen es ist der Gliederfüßer 4 bei mir kriege ich einfach nur Wasser Affinität Stärke für die Rüstung das ist alles sehr merkwürdig hier aber auch irgendwie geil keine Ahnung naja ich würde sagen wir machen uns jetzt erstmal jeder eine Bücherkiste Daniel oder? wie? dass wir eine Kiste haben wo jeder seine Bücher rein tut die er mit seinen Leveln verzaubert hat können wir auch zusammen tun können wir auch zahlen oder? na ich hätte schon ganz gerne dass meine Level auch an mich gehen ja ok dann ich mach das mal schnell ich hatte gedacht wir zahlen ist aber ok also wenn es jetzt um sowas wie Spitzhacke geht oder so aber ich habe jetzt nichts sinnvolles für Spitzhacke ne ähm ich habe hier kurz noch eine Werkzeugkiste hingemacht ne ach fuck das geht nicht verdammt ok warte wir brauchen einen Amboss ne ja wie ging denn Amboss noch? wie viele Holzknüppel brauchte man dafür? äh Stahlknüppel einige ich glaube zwei ich bin noch nicht sicher ähm hier ist mal eine Kiste für Werkzeug wie ging denn so ein Amboss noch alter ich weiß es nicht mehr ja warte mal kannst du mal grad nachgucken ja ähm oh jetzt habe ich nochmal ein Amboss gesucht ähm du brauchst vier Eisenbahren und drei Eisenblöcke ok die Eisenblöcke zust du in die obere Reihe in die mittlere Reihe zust du in die Mitte einen Eisenbahren und die untere Reihe komplett mit ok wo stellen wir den auf? weiß nicht was sind das hier für Kisten? die Bücherkisten hatte ich jetzt gedacht achso ok ich stell dir einfach mal den Amboss hin ja ok wirf mir aber wirf mir aber bitte das Buch mit Dings zu mit hier ist Bück 2 genau für die Spitzhacke dankeschön zu dem Thema wir zahlen wir zahlen keine Lef ja ich habe doch gerade gesagt ich habe doch eben gesagt wenn das jetzt um so allgemeine Sachen hier geht das ist ja was anderes ok aber bevor wir die richtig krass mit Kohle oder so verschwenden hätte ich ganz gerne äh ne was? Haltbarkeit noch drauf das wäre nice achso ja da lässt sich bestimmt was einrichten ne im Buch da ist ja Haltbarkeit ist das hier Deins? welches? achso das? ne das ist das was du gefunden hast ist das jetzt die Frage Schusssicher oder Haltbarkeit ne? Haltbarkeit 3 ist jetzt nicht sonderlich viel Haltbarkeit 3 ist die höchste Haltbarkeit die man haben kann richtig? ja oh ok ich dachte 5 wäre ne ne ja gut dann ja dann tun wir es drauf würde ich sagen ja ok mal schauen wie viele Level mich das jetzt kosten würde ah das geht Effizienz Glückhaltbarkeit ok wir haben jetzt eine geile Spitzhacke nice gehen wir dann mit dem nächsten Mal runter jo falls wir jetzt ist das die Zeit? ja wir sind jetzt am Ende angekommen ok haben wir das jetzt mit dem Verzauberungsding gemacht ok Leute das war es dann für meine Aufnahmesession nächste Aufnahmesession geht es dann weiter aus Daniels Perspektive ja und ich würde sagen bis dahin machts gut Leute machts gut Tschö.